Hallo, ich bin's, eure Romana Schacklche. Ich wollte euch hiermit mit meiner Videoserie zeigen, dass ich der einzige wahre Hundetrainer bin oder Hundetrainerin. Gut, alle anderen Hundetrainer, Hundetrainerinnen sind schlecht, 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 ganz schlecht. Alle Politiker sind schlecht, schlecht, ganz schlecht. Man hat mir jetzt noch dazu die Gewerbeberechtigung als Hundetrainerin weggenommen, aber auch die Richter sind ganz schlecht, schlecht, schlecht. Drum kommt zu mir, ich bin der einzige Hundetrainerin, die was kann. Ja, oder bin ich doch keine Frau? Wart mal, ich schau mal. Ah, okay, gut. Na, kommt zu mir, kommt zu mir, bringt mir euer Geld, kommt zu mir. Ich bin die Beste!